Zusammen von Dancing Stars nehme ich Dagmar Koller, Nicole Hansen und Dirk Heidelmann. Ich begrüße euch sehr herzlich. Danke, dass ihr noch vor der großen Show zu uns gekommen seid. Letzte Woche hat sich der Publikumsliebling verabschieden müssen, Otto Retzer. Trotz eurer Bewertungen, wir hören mal kurz rein, wir schauen uns an, was Otto da noch bekommen hat für die letzten Worte. Du hast heute wirklich die Party hierher zu uns gebracht. Also man hat es richtig gespürt, die Energie war da. Und wer hätte das gedacht? Du hast einfach ein bisschen länger gebraucht, aber du hast tatsächlich heute schon ziemlich viel getanzt. Also echt, also ich bin überrascht. Ich bin vollkommen begeistert und das gibt jetzt bitte hoffentlich eine Menge Punkte. Otto, ich bin ein Fan von mir! Ja, 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 plötzlich dann, plötzlich dann. Aber es ist doch schade, wenn man dann sieht, wie jemand wächst und aus sich herausgeht, dass der dann just rausfällt. Ja. Also tut einem weh eigentlich. Das kann ich... Vor allem beim, 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 beim Otto habe ich gedacht, der bleibt ewig, bis du, weil er ja als Mann auch ein bisschen anders wirkt als normal. Die Tänzer, die so schön sind. Er ist so, für die männlichen Männer, die zuschauen, die müssen sich alle freuen, dass der andere mit der Glotzen so einen Erfolg hat. Ja, aber es ist auch eine Identifikationsfigur für viele Männer in Österreich, weil es sind ja nicht alle Männer Tänzer, oder? Nein, leider nicht. Also die wenigsten, würde ich sagen. Damit ist er, Leihgottes, rausgegangen. Wie hat sie die Entwicklung, Dirk, wie hast du die Entwicklung vom, vom Otto mitbekommen? Also ich finde, dass er in den ersten Sendungen eigentlich kaum getanzt hat. Aber in der letzten Sendung eben schon getanzt hat, ja. Und das war eigentlich eine gute Entwicklung, aber ich glaube, dass es ein bisschen spät kam. Das ist eben, ja. Er hätte einfach eine Sendung früher so sein müssen, dass wir mal eine 8 ziehen. Und da war es, glaube ich, dann doch zu spät. Leider Gottes. Es war wirklich der falsche Zeitpunkt. Er hätte ein bisschen früher, hätte er sich loslösen sollen. Und dann wäre es vielleicht noch ein bisschen länger. Er wurde ja immer liebevoll als die Poledance-Stange von Rosi. Ja, habe ich nicht gehört. Von Rosi, ja. Von Rosi bezeichnet, weil er immer sehr statisch ist und die Rosi ist um ihn herumgewirkt. Allerdings, wer es jetzt natürlich ins Semifinale geschafft hat, war die Niki. Wie schätzt ihr ihre Chancen ein, ins Finale zu kommen? Also jetzt rein vom Tänzerischen her, wir lassen uns natürlich heute überraschen, kann ja immer was passieren. Aber vom Tänzerischen her ist sie natürlich schon eher unten, von den Punkten her. Aber man weiß eben nie, das Publikum, das ruft eben schon an. Und ich glaube, die Niki, die hat viele Fans. Und man weiß nie, aber vom Tänzerischen her wäre es jetzt eher die anderen drei, die weiterkommen. Was mir wirklich soll. Ich glaube, dass sie bei ihr imponiert hat, dass sie so Hebungen gemacht hat. Denn sie ist ja sehr kräftig und der Partner ist ja eigentlich schmal und klein. Und die hat ja sich getraut, da einen Rad zu schlagen, einen Überschlag, da unter den Beinen durch. Aber die Frage ist, ob es schön aussieht. Weißt du, das ist das Problem. Und der arme Willi stemmt sie hoch. Und das Rad letztes Mal fand ich gut. Das ist sehr, sehr schwer. Aber generell diese Lifts sind nicht so angebracht bei ihr. Aber ich habe mir letzte Woche ein bisschen den Kopf gewaschen nach der Sendung. Und habe gesagt, pass mal auf, so und so machen wir das jetzt mal. Weißt du das? Kann ich mir vorstellen, dass es gerade die Zuschauer anstachelt, wenn die Jury sehr schlecht urteilt. Absolut. Dass sich die dann denken, jetzt rufen die erst recht an. Weil trotzdem, was diese Frau leistet und wie authentisch die trotzdem bleibt. Und trotz der Kritik, ich weiß schon mal, steht da, weißt du, vor, ich weiß nicht, 800.000, 700.000 Leuten. Und dann kriegt man natürlich, naja. Also er hätte bei Otto mal ein bisschen schimpfen sollen, letzte Woche. Na ja, wenn man an letzter Stelle ist, ist das eben so. Dann rufen die Leute schon mehr ein. Das kann ein paar auch helfen. Bei mir in der ersten Staffel hat doch eine gewonnen, die wirklich gar nicht so großartig getanzt hat. Hast du nicht gewonnen? Ich dachte, du hast gewonnen. Ich blieb war. Wer war das schon wieder? Ich war Jurohri. Ach du warst Jurohri. Aber sie haben schon getanzt. Ja, aber der jetzt ist Marika. Ich war in den Schuzen, weil die Marika war schon präsent. Die Marika ist schon ein Partner. Aber ich weiß, du warst ein großer Toni-Polster-Fan. Ja. Ich habe immer einen Liebling gehabt. In jeder Sendung war einer, der mich irgendwie, oder ein Nee. Habt ihr hier noch einen Liebling drinnen? Habt man als Jury mit dir einen Liebling? Ich hab, äh, nö. Ja, darf man das? Also ich bin neutral. Also ich bin echt neutral. Also ich kann nicht sagen, dass ich jetzt einen, wo ich sage, ach Mensch, das ist nur, also, also auch vom Menschlichen her, nicht? Man lernt sich ja kennen auf dem Gang, ne? Irgendwo zwischendurch mal. Ja, ähm, aber ich kann nicht sagen, dass ich jetzt einen Liebling habe, wo ich sage, also da setze ich mich jetzt ein. Und als Wertungsrichter muss ich ja auch neutral. Lassst du da richtig? Ja, ja, wir müssen natürlich schon neutral bleiben, aber logisch, wir sind Menschen und, und es gibt schon solche, wo man sich mehr damit verbunden fühlt. Und wo man mehr denkt, ach bitte, bitte, tanz gut, aber schlussendlich, ja. Trotzdem glaube ich, dass die Juroren diesmal extrem streng geworden sind. Früher waren die viel, viel netter. Entschuldigung, dass ich sage, ich liebe ja die Nicole. Aber jetzt sind sie sehr, es hat sich eben so toll entwickelt. Jetzt müssen die ehrlich wirklich tanzen können. Und es ist auch, es ist nicht irgendwie weiches, sondern es ist wirklich hartes Beurteil. Was letztendlich fair ist natürlich, weil alle gleich hart oder weich beurteilt werden. Wie sehr bezieht ihr jetzt schon den Fortschritt ein in eure Bewertung? Also, dass sie, wie sich jemand entwickelt hat? Ist das jetzt ein großes Thema schon? Absolut. Also schon. Nach der dritten, vierten Sendung, da schaut man, also ich persönlich schaue da schon die Entwicklung von jedem Einzelnen mit sich selber. Und das war ja beim Otto sehr stark zu sehen, aber eben zu spät. Und wenn heute jetzt sich jemand vielleicht sehr stark entwickelt hat, mag es vielleicht auch zu spät sein oder so. Ich weiß es nicht. Oder auch wenn es runter geht, also die Anna hat ja sehr gut angefangen, dann ist sie ein bisschen flacher geworden. Und jetzt letzte Woche war, oder vor zwei Wochen schon, war noch mal viel besser geworden. Anna, aber die war von Anfang an wirklich stark. Also da, wir haben ja eine Zuspielung, ihr habt das auch letztes Mal gesagt, Anna Milva Gomez ist wahrscheinlich die beste Tänzerin aller Staffeln. Also ich liebe ja den Ferdini. Ich bin bei Oma gleich jetzt an. Wir sind jetzt bei der Anna Milva Gomez und da haben wir natürlich eine wunderbare Zuspielung von ihr. Auch in der letzten Folge. Immer ungerecht, gell? Es ist ganz klar, es war nicht nur das Highlight des Abends, sondern der Staffel bis jetzt. Also fantastisch. Das war ganz klasse, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Tänzerisch perfekt. Ich wünsche mir, dass es eine internationale Show, dass es irgendwann einmal so ein Vergleich, weltweiter Vergleich der Dancing Stars Promis geben würde. Und dann wären wir sehr stolz auf Österreich, weil ich denke, sie wären auf Platz 1. Also tanzt sie wirklich Weltmeister oder zumindest Niveau, also Wettkampf Niveau? Also ich würde sagen, ja. Und in dieser Staffel, also ist sie bei weitem die beste. Das ist schon ganz klar. Also Weltmeister ist schon mal was anderes. Ja, ja. Ja, aber das ist schon, das hat schon eine Qualität, das hat eine Balance, das hat eine Koordination, das hat auch Geschmack in der Bewegung und Charakteristik und so. Weißt du? Muss ich schon sagen. Darf ich noch ganz kurz was sagen? Die Dagmar mochte meinen schwarzen Ring. Was holst du dir da raus jetzt? Und jetzt hole ich dir mal, guck mal, ich habe denselben Ring dir in Blau mitgebracht, weil du das so gerne da trägst. Und ich hoffe, du magst ihn. Darf ich ihn dir anstecken? Du kannst ihn auch gerne als Dekoration. Aber nicht, da geht die Luft weg. Das ist wunderschön. Und auch hier gilt Dezenz. Nur mal den Mittelfinger. Was ist denn der, der Mittelfinger? Da kann ich ja hässlich sein. Guck mal, siehst du, ich hätte nie gedacht, dass ich meiner Dame einen Ring abstecke, aber es ist ja noch was Neues. Gefällt er dir? Ja, der macht was her. Wo halte ich hinterher? Ich bin ja nicht so gut begabt mit der Kamera. Wunder, wunderschön. Ich muss ja meinen Fingernagel feststehen. Steht dir toll. Den habe ich beim Gartenarbeiten. Nicht ganz kurz mit Anna Milba gemessen. Würdet sie wirklich sagen, ich sage, es ist ein toller Ring. Ja, ne? Ich wollte nicht ablenken. Nein, aber wunderschön. Ist sie wirklich die beste Tänzerin aller Staffeln? Nicole, sagen wir, du verfolgst das Dirk. Entschuldigung. Ob hast du in Deutschland die beste Tänzerin aller Staffeln? Das kann ich nicht sagen, weil ich nicht alle Staffeln gesehen habe. Jetzt nur in Österreich. In Österreich? Kann schon sein. Kann schon sein, ja. Kann so sein. Also, ich kann es nicht sagen, weil ich so wenig Staffeln geschaut habe. Das wollen wir natürlich jetzt so nicht schnimm lassen, weil es nicht stimmt. Weil ich weiß, dass es immer wieder beobachten ist. Ich muss sagen, ich finde die alle immer sehr, sehr gut. Und extrem diesmal, weil es fast alles Anfänger fast waren. Außer der Gomez. Aber die ist ja auch, die entwickelt sich ja so enorm, dass es unheimlich wird. Das stimmt, weil man kann zum Beispiel Jazz-Tänz oder Ballett oder was man vergleicht oder was man für den Musical-Tanz braucht. Kann man für den Paartanz bis zu einem gewissen Grad noch brauchen? Ja, man hat natürlich ein Körperbewusstsein. Das hilft, aber es sind immer sehr, sehr viele Tänzer von anderen Tanzarten sehr überrascht, dass eigentlich das Standard- und Latein-Tanzen doch was anderes ist. Ja, das gibt immer viele Überraschungen. Das haben wir immer wieder gesehen. Bei Marjane Scharke oder Nina Pau, die ja wirklich Musical-Frauen auch sind und das so großartig können. Auch du, Dagmar, jetzt kommen wir zu deinem wunderschönen Ring. Woher hast du den? Ja, ich habe gerade geschenkt bekommen. Ich bin ja ganz weg, weil ich da geschenkt bekomme. Wir müssen daher halten, dass man halten kann. Hier ist es viel besser, Dagmar. Wir kommen jetzt zu Martin Fertini, zu deinem Liebling. Unglaublich, was er geleistet hat bisher. Würdest du meinen, er kommt ins Finale? Ja. Weil? Ja, auf jeden Fall. Seine Partnerin ist eben ein Traum, denn da schaue ich ja mit Leidenschaft zu. Weil so wünscht sich ja jede Frau einmal im Leben die Figur zu haben, wie sie sie hat. Und dann tanzt sie auch so lieb. Schau, 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 schau. Und er hält da wirklich genau mit. Bitte, das ist ja unglaublich, was der alles kann. Ich habe ihn ja bei euch hier erlebt als Moderator und da war er schon so zauberhaft. Jesus, das ist ein junger Junge. Hat er sich gesteigert? Ja. Ja, du sagst ja. Ja. Ich sage auch ja. Aber ist es noch mehr drin? Noch mehr drin? Ja, da ist noch mehr drin. Martin, das ist nicht aber ordentlich. Es ist immer noch etwas zu steif. Es kann immer noch beweglich sein. Sowohl im Standard als auch im Latein ist es einfach zu steif. Wieso im Standard eigentlich? Da gilt es doch den Rahmen zu halten. Ja, aber trotzdem gibt es Bewegungen in den Seiten und es gibt Bewegungen bei der Wirbelsäule. Der Standard ist nicht steif. Es reicht nicht, den Rahmen zu halten. Latein ist natürlich noch mehr beweglich. Steif ist gleich keine Musik. Der Körper muss sich immer zum Sieg bewegen und da muss er atmen und steif heißt für mich nicht atmen. Okay, genau. Ist er mehr der Standard-Tänzer oder mehr der Lateinamerikaner? Am Anfang dachte ich, das ist so der Allrounder-Tänzer, aber die letzten zwei Latein-Tänzer waren nicht so ganz. Das Samba war nicht so super gut. Ich finde, das ist eher so der Gentleman-Standard-Tänzer. Das ist, muss ich auch sagen, hoch anzurechnen, weil wenn er Standard tanzt, wenn der Promi ein Mann ist, ist es immer schwieriger, weil er muss führen. Wenn der Promi eine Frau ist und der Tänzer ein Mann ist, ist es immer einfacher, weil der Mann führt in Standard besonders. Latein ist das nicht so, aber im Standard ist es dann doch, muss ich sagen, wenn man sagt, er ist ein guter Stein-Tänzer, hat er sich schon sehr gut verbessert. Heute kommt Tango von Martin. Ich bin sprachlos, seit ich diesen schönen Ring habe. Das freut mich aber sehr, dass du dich so freust drüber. Ich komme von Herzen. Hast du das selber gemacht? Nein. Nein. Ich habe den auch in Schwarz gehabt und du fandst ihn doch so schön bei der ersten oder zweiten Sitzung. Ich störe mich. Ich stecke die Stein-Sitzung. So viel Zeit habe ich noch nicht, also ich mache öfters Ringe selbst, weißt du, und die auf meine Hemden selber, aber du hast nicht so viel Zeit. Also ich danke euch vor allem heute auf eine tolle Show, 20.15 Uhr auf eins geht es los. Du bist heute auch drinnen, Dagmar, obwohl du müde bist, weil du aus Köln gekommen bist und an einem anstrengenden Tag. Vielen Dank, dass du auch zu uns gekommen bist, Dagmar. Aber ihr lebt mich ja, wenn ihr tanzt, ist es wunderschön. Und du bringst uns immer Farbe, Eleganz und Esprit in die Sendung. Dankeschön, dass du da warst. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns heute gleich nochmal um 20.15 Uhr.